Verbinde dein Körpergefühl noch stärker mit den äußeren physikalischen Kräften. Versuch dich dem anzuschließen, was der Storch schon von alleine kann, zum Beispiel unterfallen. Dadurch kannst du eben auf den Schultern der Physik wesentlich größer klingen. Da ist zu viel Kraft bei dir im Spiel. Entspann den Arm, den Oberarm, spür in dein Gewicht perfekt, spür in die Stockspitze rein, gib der Stockspitze Bewegung, rauf, runter, rauf, runter, zieh eine große Bahn und spür, wie das Gewicht des Armes vorne ankommen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017